Der Berliner Bahnhof Südkreuz. Hier soll im Auftrag des Innenministeriums die Videoüberwachung 2.0 getestet werden. Die sogenannten intelligenten Kameras können Gesichter erkennen, erfassen sogar typische Verhaltensmuster wie das von Taschendieben. Die Überwachung mit Gesichts- und Mustererkennung wirft viele rechtliche Fragen auf. Kritik kommt nun von den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. Den Begriff intelligent wollen sie gar nicht erst verwenden. Wir sprechen von der biometrischen Gesichtserkennung und für uns ist es deswegen besonders schlimm, weil es ein ganz massiver Grundrechtseingriff ist. Also Menschen werden eben nicht nur aufgenommen, obwohl sie möglicherweise unbeobachtet durch die Stadt gehen wollen, sondern sie können auch identifiziert werden. Die neue Videotechnik soll auch vor Terrorismus schützen und die Kriminalität eindämmen. Das erhofft sich zumindest das Innenministerium. Wir haben noch nicht die technischen Möglichkeiten, dass dann tatsächlich auch die richtigen Personen identifiziert werden mittels Bildabgleich. Aber für uns ist es wirklich besonders schlimm, weil dadurch die Möglichkeit besteht, dass Bewegungsprofile erstellt werden. Das Bundesinnenministerium will sich zu dieser Kritik nicht äußern. Das Pilotprojekt soll jetzt im Sommer starten. Laut Datenschützern muss die Rechtsgrundlage dafür aber erst noch geschaffen werden. Und in Göttingen begrüße ich jetzt Niedersachsens Landesbeauftragte für den Datenschutz Barbara Thiel. Frau Thiel, wir haben Sie ja gerade im Beitrag gesehen und Ihre Kritik an der Gesichtserkennung gehört. Bei vielen herrscht das Gefühl, dass im Kampf gegen den Terror neue Mittel dringend genutzt werden müssen. Was ist Ihnen denn wichtiger? Anonymität oder die neuen Möglichkeiten der Terrorfahndung? Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass das Vertrauen der Bürger in die Aktivitäten des Staates keinen Schaden erleidet. Und vor diesem Hintergrund ist es uns natürlich wichtiger, für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einzutreten. Jetzt kritisieren Sie, dass mit der neuen Technik Bewegungsprofile erstellt werden können. Aber ist nicht genau das eine riesengroße Chance? Es ist eine Chance, diese Bewegungsprofile von Tätern zu erstellen. Aber mit dieser neuen Art von Videoüberwachung werden eben nicht nur Täter oder potenzielle Täter, wie auch immer, identifiziert, sondern unbeteiligte Passanten. Und das ist unser großes Problem. Wo genau ist denn dann das große Problem aus Ihrer Sicht dabei? Ja, Menschen wollen sich ja möglicherweise in der Öffentlichkeit unbeobachtet bewegen. Das ist der eine Punkt. Das spricht gegen Videoüberwachung aus sich heraus. Und darüber hinaus ist jetzt im Moment die Technik noch nicht so ausgereift, dass wir sicherstellen können, dass tatsächlich die richtige Person identifiziert wird. Glauben Sie denn, wenn Sie nach außen hin sagen, wir wollen, dass Menschen weiterhin unbeobachtet sind und sich unbeobachtet fühlen, dass Sie bei dem Gros der Leute da Verständnis finden, wenn es eben darum geht, Terroristen zu ermitteln? Also ich weiß, dass das sehr unterschiedlich beurteilt wird. Und ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die gegen Kameras überhaupt nichts einzuwenden haben. Aber ich denke, es ist wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Kategorie, wenn wir jetzt hier nicht nur über Videoüberwachung als solche sprechen, sondern wenn auch gleichzeitig diese biometrische Gesichtserkennung stattfindet. Und wenn die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten dieser Art von Videoüberwachung aufgeklärt wird, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann auch sehr viele Menschen gibt, die sich dagegen wenden. Aber Terrorfahndung muss natürlich sein. Was fordern Sie umgekehrt vom Bundesinnenministerium, um eine datenschutzgerechte Fahndung zu gewährleisten? Für uns ist es ganz besonders wichtig, dass auf jeden Fall eine Rechtsgrundlage geschaffen wird. Und diese Rechtsgrundlage muss schon geschaffen werden, bevor ein Pilotbetrieb überhaupt aufgenommen wird. Und es geht nicht einfach nur darum, dass diese Rechtsgrundlage die Zulässigkeit sicherstellt, sondern es geht auch darum, dass in dieser Rechtsgrundlage sehr, sehr konkrete und präzise Voraussetzungen genannt werden, unter denen dann tatsächlich diese Videoüberwachung mit biometrischer Gesichtserkennung möglich ist. Barbara Thiel. Vielen Dank nach Göttingen für das Gespräch.